Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. In der Bibel sagt es uns, in Psalm 3, Vers 3, dass Gott uns schützt. Er ist ein Schild, das man früher bräuchte in der Kirche, damit die Fähle vom Fiend nicht am Tchärpern kommen. Er ist ein Stuhlpanzer. Er ist ein Stuhlpanzer, da er uns nicht am Tchärpern befindet. Wenn wir nicht am Tchärpern sind, wenn wir nicht am Tchärpern verspielen, dann rächt er uns alle ab und er wies seine Kraft an uns. Er will sich durch uns verherrlichen. Er will die Welt wies, durch uns, dass er der Haar ist über alles. Er wird niemals einen von uns aus der Augen verlieren. Auf jeden haft er seine Augen gerecht. Und passt er uns auf, dag und nacht. Das ist bloß wundervoll. Uns Gott ist ein wunderbarer Gott. Die einzige war Hofftja Gott. Vor dem Himmel in Jesus genommen, sei wie die Tankschen, dass du uns so beschützt ist. In Momente wo es schwer ist, wo dies da wird, wo ein großer Sturm ist, wo wir auch mit der Angst drin haben, und vorhin sind wir auch einfach am Boden liegen, dann hiebst du uns mal ab und stellst uns auf ein Bein, und wies doch, dass du der Haar bist. Wir loben Preise dir dafür in Jesus die Nummer. Amen. Aber dem nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de hoy. Töp macht wie die Nummer Jesu gerade schriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktier uns uña info arroba jesusresponde.com Auch we'll bein' by Bedeum. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.